Hallo, wir, die Linke, kämpfen erfolgreich für soziale Gerechtigkeit und für Frieden. Wer gut arbeitet, wer gut kämpft, der kann auch gut feiern. Auch deshalb laden wir vom 18. bis 20. Juni zum Fest der Linken auf den Prenzlauer Berg in die Kulturbrauerei. Wir freuen uns sehr, in einem vielfältigen Programm von Filmen, über Lesungen, über politische Diskussionen und Debatten, über Vorträge und vor allen Dingen in einem großen Kinderfest ein Stückchen auch zu feiern, das, was es auch zu feiern gibt, nämlich eine starke, eine erfolgreiche Linke in unserem Land. Dies nötiger denn je. Und wir freuen uns ganz besonders, Angela Davies bei uns begrüßen zu können. Angela Davies, eine Friedens- und Freiheitskämpferin aus den USA, eine große Sängerin, sie beehrt uns mit unserem Besuch. Wir freuen uns sehr und wir würden uns ganz besonders freuen, wenn auch Sie kommen. Haben Sie schon was vor, am 18., am 19., 20. Juni? Kommen Sie in die Kulturbrauerei. Wir freuen uns sehr, wir sehen uns. Vielen Dank.